Jetzt kommt das Amüsegöl auf Deutsch. Ich töse gerade und ich traue auch gleich wieder einzuschlafen. Ich habe vom Feiern gestern einen ziemlichen Cut, sodass ich meinen Kopf gleich in ein Kissen senke. Es ist nicht schön, dass ihr mich so seht. Und ich verspreche, das wird auch nicht mehr vorkommen, denn ich weiß, dies ist unhöflich. Ich bitte entschuldige, dies. Ja, wenn Sie jetzt geklatscht hätten, dann okay. Ja, jetzt muss ich sagen, wenn Sie jetzt applaudiert haben, dann sind Sie wirklich sehr leicht zu unterhalten oder einfach nur höflich. In beiden Fällen danke. Wenn Sie nicht applaudiert haben, dann ist das absolut verständlich. Die Performance war ja eher durchwachsen. Und so ein Text will ja nun mal angemessen dargeboten sein. Also das Ganze nochmal. Und jetzt gehen wir zurück auf Anfang bis zur Zero. Und los geht's. Ich döse gerade und ich drohe auch gleich wieder einzuschlafen. Ich habe vom Feiern gestern einen ziemlichen Cut, sodass ich meinen Kopf gleich in ein Kissen senke. Es ist nicht schön, dass ihr mich so seht. Und ich verspreche, dass wird nicht mehr vorkommen. Denn ich weiß, dies ist unhöflich. Also bitte entschuldigt dies.